Komm, da kannst du noch nirgends noch hin eigentlich, Attack. Attack. Und hörst du bitte auf, mein Ding zu schlagen? Du auch. Hmm, Butterfly Wings. So, hier gibt's also nix mehr. Auf den konnte ich eigentlich auch nicht mehr, hier müssen wir eben das Lunster zu entdecken. Da bin ich spannend, was hier passiert gerade. Tag 62, einige von euch wollen ja, dass ich mal wieder verliere, aber irgendwie geht's mir doch nicht so, dass ich das wollte. Jojo, so, wo sind wir denn hier? Okay, noch ein Stück entfernt von der Sache. Aha, große Spinnen lässt. Jo, komm her. Hopps. Komm, das mal. Na komm her. Oh nein, meine Hörfe ist leider, ich hab noch ein normaler Hörfe, so ist es nicht. So, gib mir den nochmal her. So, und den wieder anziehen. So. Hm. Keine zu Hause sind die gerade weggerannt. Na, Pech gehabt. Wenn die ihr ihr Nest unbewacht lassen, dann kann ich auch nichts dazu. Yes. Upp, da kommen sie wieder. Da hinten ist ein Spinnenkönig und die sind alle schlafen gegangen, weil sie keinen Nest mehr gefunden haben. Geil. Hm. Na komm, gelbe Spinnen, komm. Nicht mal ein Chester angreifen. Haben die mein Chester getötet? Hör doch auf jetzt, hör doch auf. Nein. Ah, das habe ich jetzt nicht gegessen. Ne, mein Chester ist noch da, okay. Na ja, ein bisschen vergammeltes Fleisch ist uns immer gut. Sollte man immer mal machen. Hast du noch Platz im Inventar, nehmen wir das mit. So, das war schon mal ganz gut wieder. Jo. Das haben wir erforscht. Hier drüben muss ich noch einiges erforschen, dann gehen wir das nächste hin. Aber ich würde sagen, wir machen uns erstmal hier so, richten uns erstmal hier häuslich ein. Indem wir hier so ein kleines Lagerfeuerchen machen. Yay. Ein bisschen mehr Feuer drauf tun. Dann können wir zum Beispiel die Möhrenbraten. Wir können vor allem jetzt mal unser Suit wieder aufheben, unseren Rucksack oder denn da. So, und das mit und nimm das mit. Das bitte hier rein. So, das nehmen wir auch mit. Und jetzt haben wir hier noch elf Stück. Die hauen wir bitte mal alle auf Feuer. Die gucken wir alle mal. Aua. Da haben wir jetzt genug vor gegessen. Jetzt müssen wir noch die Nacht abwarten. Die Viecher legen sie alle schlafen. Könnt sie ja. Und dann gehen wir da rum. Wir müssen wahrscheinlich die Königin noch platt machen. Mein Helm wird noch 24, mein Zute noch 40. Okay. Gegen der Kunde ist doch toll. Und da ist sie nacht rum, Gott sei Dank. Ist hier oben ein großes Spinnenlässt. Herrlich. Sollen wir das auch umhauen, natürlich. Versuchen wir mal. Da kommt her, ihr kleinen Mistratten. Da kommen die Großen. Oh, mein Helm ist kaputt. Oh, mein Helm ist kaputt. Oh, mein Helm ist kaputt. Ach, ich hab kein Suit an. Verdammt. Wow. Tank doch mal ein bisschen, du scheiß Mistviech. Na, welchen hat er getankt? Nein. Ich hab jetzt zum Glück noch so ein Ding hier. Oh, Mann. Okay. Was ist das denn hier? Ich nehme das mit. Kann man immer gebrauchen. Okay, wo bin ich aufgewacht? Da oben. Okay. Erst mal nach Hause rennen, würde ich sagen. Und dann gleich unsere Items da wiederholen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Nur jetzt sollte ich aufpassen. Nicht mehr sterben, ne, brother? Nicht mehr sterben. Okay, dann würde ich sagen, meine nächste Reise geht jetzt, ähm, hier oben zu den Friedhof. Da buddelt ich noch mal ein paar Sachen aus. Vielleicht finde ich ja dann das, was ich brauche, um mir einen Anhänger zu bauen oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So machen wir das. Genau. Wo ist mein Haus? Da hinten noch. Okay, ein Stück weiter. Wenn man keinen Mützen mehr aufhat und so, dann geht es total schnell, dass man stirbt. Das ist echt unglaublich, wie schnell das geht. Ich komme auf den Weg, da bist du schneller. Uh, das war mal, wie gut, dass ich das aktiviert hatte. Gut, gut. Da ist mein Häuschen. Ja, mein Gehirn ist jetzt natürlich nicht ganz so gut. Dann nehmen wir eben schnell das hier. Ach, ich habe kein Holz, ich habe gar nichts, oder? Das hier oben ist alles mehr oder weniger kaputt. Okay, also, ich brauche das hier. Ah, das ist schon wieder so ein Viech. Ich brauche vor allen Dingen Trockenfleisch, das ich irgendwie essen kann. Habe ich da noch was? Ne, aber Bonbons. Bonbons ist auch immer gut. So. Ja, ja, mach dir mal. Ich mache das Übliche. So. Ja, Set Trap. Set Trap. Na komm. Ich habe mich so ein bisschen erschlagen könnte. Oh, lol. Ähm. Pick up Rockstones. Okay. Ah, hier haben wir da. Eins, zwei mehrere Trockenfleisch. Dann nehmen wir das unten auch noch mit. Dann würde ich gleich wieder was Neues aufhängen wollen. Okay. Leben hat das alles nicht viel gebracht, ne? Nein. Gut. Was haben wir hier? Das können wir mitnehmen. Hängen wir mal eben auf die fünf Stück. Zack. Zack. Und da unten auch noch. Einfach damit die wieder trocknen können für die nächsten. Zack. 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 Nehmen wir das noch raus. Essen das. Wir brauchen mehr was mehr Leben, wie er gibt. Naja, egal. Werden wir schon irgendwie schaffen. So, noch einen neuen Locksuit bauen können wir gar nicht. Neues Dings bauen können wir wahrscheinlich auch nicht, oder? Gucken, was der Football-Hand kostet. Da. Ein Seil nur. Oh, ein Seil. Das könnten wir jetzt zusammen craften. Da brauchen wir drei Dinger führen. Drei Stück mal eben hier. Jetzt habe ich kein Gras mehr hier, oder was? Oh, ist das traurig. Doch, da ist noch eins. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, jetzt hier. Ja. Machen wir den Football-Hand. Das ist schon mal gut. Und was brauchen wir für den Locksuit? Grasuit, Locksuit. Acht Holz, zwei Seil. Okay, acht Holz, zwei Seil. Sollten wir hinkriegen. Zwei Seil heißt, ich brauche sechs Gras. Und die sollte ich relativ schnell zusammen kriegen. Da muss ich mal gucken, dass ich mir irgendwie den Axel machen kann. Um noch ein bisschen Holz zu kriegen. Genau, so sieht es aus. Noch zwei Pfeilen, die könnte ich noch eben schnell aufstellen. Und zwar dahin. Z-Trap. Und dahin. Z-Trap. Was haben wir denn hier oben? Noch so ein Bergzeug. Gucken wir uns das mal an. 16. Gucken wir, was reicht doch, um hier die Viecher zu erschlagen. So. 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 Und. So. Ich habe nur noch drei Schweinefelsen. Das ist ganz schön wenig. Da gibt es nur eins. Schweine töten, oder? Komm, stirb einfach. Gut. Kein Dings getraubt. Okay. Aber wenigstens ein Fleisch haben wir gekriegt. Ist ja auch schon mal was. So. Das kann man noch essen. Das kann man noch essen. Das muss noch gebrannt werden. Das geht auch. So. Dafür brauchen wir erstmal eine Axt. Und für eine Axt brauchen wir... ...ein Stock und... ...Flint. Ja, Flint haben wir nicht. ... ... ... ...